Das Beste an kulturellen Einrichtungen ist, dass sie für jeden da sind. Barrierefreiheit macht das Gebäude lebenswert und ist von großer Bedeutung für einen unbeschwerten Zugang. Und falls es doch einmal irgendwo klemmen sollte, wissen wir, wer uns zuverlässig bei Tag und Nacht zur Seite steht. ARD Text im Auftrag des ZDF, 2020